Da hatte ich einen Mathelehrer und er meinte, manche in der Klasse, die sind froh, dass sie überhaupt aufs Gymnasium gehen dürfen und du weinst, weil du aus deinem Schloss ausgezogen bist. Heute treffe ich Emanuel, er ist 24 Jahre alt, wohnt in einer WG und ist ein echter Graf. Der meinte dann, nur weil du irgendwie so ein verkommener Nachfahre von so einem größeren Mann bist, brauchst du jetzt nicht meinen, zu mir zum Unterricht zu spät zu kommen. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt, deinen Einblick in Emanuel zu bekommen, denn ich bin ein ganz kleines bisschen anders aufgewachsen. Euch und eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen bei FOLLOWING REPORTS. Hi, hallo. Ich bin der Emanuel, genau. Ja, voll, du bist ja genauso, noch größer als ich, krass. Wir sind relativ auf einer Ehe. Komm einfach mal mit, also das ist jetzt hier unser Wohnzimmer, das ist halt relativ groß ist. Kommt gerade hier, Emanuel. Servus, ihr seid? Hi, Oskar. Pablo, freut mich. Hi. Ähm, Philipp, freut mich. Ihr seid Mitbewohner von... Genau. Wohnt ihr auch zu dritt, oder wohnt ihr noch mehr? Du hast es ja gerade als Emanuel vorgestellt. Wie lautet dein kompletter voller Name? Also mein kompletter voller Name, wie er auf dem Personalausweis steht, ist Max Emanuel Josef Nikolaus Graf von Mongela. Wie reagieren denn Leute, wenn sie deinen richtigen Vornamen erfahren? Mir ist einmal was ziemlich witziges passiert. Jetzt war Ende des Monats, gut, Student, also ich habe jetzt auch nicht Geld in Hülle und Fülle, meine Eltern sind sehr streng. Und dann hatte ich halt nicht mehr ganz so viel Geld auf dem Konto und konnte dann nicht mehr richtig mit der Karte zahlen. Dann habe ich die Karte da reingesteckt und der Tankwart hat die gesehen, das war halt ein Bayer und der meinte halt dann zu mir, Sogamo, you wish to be for ocean. Ja, der dachte halt, ich wäre ein Trickbetrüger oder sowas. Wie finanzierst du denn deinen Lebensunterhalt und auch deine... dein WG zu machen? Genau, also ich bekomme mein Taschengeld von meinen Eltern. Der Betrag ist, denke ich mal, durchschnittlich. Ich muss den jetzt, denke ich mal, nicht nennen, aber... Nur wenn du möchtest. Nee, das bleibt jetzt einfach mein Betriebsgeheimnis. Ich gebe unter der Woche Latein-Nachhilfe, verdiene mir dazu einfach mein Geld dazu. Wie viel zahlst du denn hier? Tatsächlich nur 210. Magst du mir dein Zimmer zeigen? Ja, klar. Sehr gern. Klein, aber fein. Hier lerne ich, hier schreibe ich gerade Bachelorarbeit. Was studierst du denn? Staatswissenschaften. Das ist ein kombinierter Studiengang aus Politik, Geschichte, Soziologie, VWL und Jura. Hatten deine Eltern irgendeinen Einfluss auf deine Studienwahl? Mein Vater meinte zu mir, er fände Jura toll. Er hat selber Jura studiert. Beide haben eigentlich gesagt, mach was du willst, mach was dir Spaß macht und da hatte ich jetzt nie den Druck. Ich habe hier gerade den guten Herrn hier gesehen. Ja, das ist jetzt der Papst. Das hing schon da, als ich gekommen bin, aber ich fand es ganz witzig. Bist du katholisch? Genau, ich bin katholisch. Mein Vater ist katholisch, meine Mami ist evangelisch und deswegen, ja, also das war immer sehr liberal bei uns. Wir haben auch viel diskutiert. Ich bin auch in einem Klosterinternat gewesen für lange Zeit und deswegen habe ich der Kirche auch viel zu verdanken. Wir haben ja gerade deine Mitbewohner kurz kennengelernt. Wie hast du die denn kennengelernt? Genau, also ich habe die beide durchs Studium kennengelernt und die haben auch, also die heißen beide VON. Ich habe aber davor in der WG gewohnt, wo keiner ein VON war. Wir hatten noch eine Frage aus der Community, ob ihr einen Angestellten habt oder einen Angestellter habt, die euren Haushalt macht. Okay, nee, haben wir nicht. Ich bin ein absoluter Hausmann und mache alles selber. War das bei euch im Elternhaus auch nicht so, dass ihr irgendwelche Leute bei euch im Haus hattet? Wir hatten eine Zuge-Dame, also eine Dame, die halt den Haushalt gemacht hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie alles gemacht hat, sondern da haben alle mit angepackt. Und ich hatte als Junge, weil meine beiden Eltern berufstätig sind, hatte ich als kleiner Bub eben ein Au-pair. Du hast erzählt, dass dein Vater Rechtsanwalt ist. Genau. Als was arbeitet denn deine Mutti? Also die ist auch eigentlich Anwältin und hat aber bei der Münchner Rück gearbeitet. War das dann auch der Grund, dass du auf ein Internat musstest? Ich bin freiwillig auf das Internat. Ich habe mich da total drauf gefreut. Das ist eine sehr, sehr schöne Klosteranlage. Das war wirklich ein absolutes Privileg, da in die Schule gehen zu können. Das sieht ja schon sehr krass aus. Deshalb gehe ich mal davon aus, da sind ja sicherlich viele Kinder, die aus wohlhabenderen Familien kommen. Man stellt sich das ja immer so wahnsinnig teuer vor. Aber ich glaube, als ich angefangen habe, hat das 700 Euro im Monat gekostet. Das war kein teures Internat. Bestimmt muss ich sagen, dass sich nicht jeder ein Internat leisten kann. Findest du, dass es halt auch vielleicht einfach unfair anderen Leuten gegenüber ist? Klar kann man dazu nur sagen, dass es nicht ganz fair ist, wenn jemand dadurch, also durch diesen finanziellen Vorteil, Bildungsvorteile hat. Begegnest du dann vielen Vorurteilen? Ich stelle mich ja nie vor, hallo, ich bin adlig, sondern ich sage, ich bin halt der Emmanuel Morgela. Mein viermal oberes Vater war ein ziemlich schlaues Köpfchen. Der hat große Dienste für Bayern geleistet, hat diesen Freistaat, wie er heute besteht, geschaffen. Und dadurch wussten einige Morgela, den Namen habe ich schon mal gehört und haben mich dann darauf angesprochen. Das ist mir in der Regel aber immer ein bisschen unangenehm gewesen, weil ich kann ja nicht prahlen mit Sachen, die ich selber nicht gemacht habe. Wenn du irgendwann mal später selber Kinder haben solltest, würdest du sie dir auch auf ein Internat schicken? Eigentlich wahnsinnig gerne. Bloß die Internatskultur, gerade in Deutschland, ist gerade ziemlich am Aussterben. Ich meine, das Internat war ja auch sehr groß in der Presse. Kannst du da noch mehr zu sagen? Das ist natürlich unfassbar grausam und furchtbar, was da passiert ist mit jungen Menschen, deren Leben durch solche Täter sehr, sehr negativ beeinträchtigt worden ist. Das ist übrigens genau der Punkt, warum ich auch ein bisschen mit der katholischen Kirche breche. Würdest du dich als ganz normalen Student bezeichnen oder hast du irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys? Eine große Passion, ein sehr wichtiger Lebensinhalt von mir ist die Natur, die Jagd, die heute ja auch durchaus kritisch gesehen wird. Wo gehst du immer jagen? Bei mir zu Hause, weil wir da ein Revier haben, ein kleines. Und das würde ich dir auch gerne zeigen, da können wir ja dann... Ja, super gerne. Das sind das die Royals? Genau. Aber tatsächlich ist es nicht mein Foto. Ich finde es trotzdem ziemlich witzig, dass die hier in der Wohnung sind. Man darf sie ja ab und zu selber ein bisschen aufs Korn nehmen. Also nicht mal man adelig ist, ist man jetzt super reich. Der moderne Adlige, der heute ein Schloss hat und Wald und Land, der ist ein Unternehmer. Das ist jemand, der sein Gut verwalten muss, der jeden Tag hart arbeiten muss. Habt ihr denn selbst auch ein Schloss? Ich bin selber in einem Schloss aufgewachsen, was ein wahnsinniges Privileg war und eine wunderschöne Zeit. Kann ich dir sehr gerne zeigen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Ist das dein Auto? Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie du dir so eine Grafenkutsche vorgestellt hast. Wann wurde dir denn das erste Mal bewusst, dass du anders bist als andere? Fakt ist, dass ich durchaus auch negative Erfahrungen gemacht habe mal mit dem Namen, dass zum Beispiel ein Lehrer mal irgendwie meinte, ich soll mir nichts drauf einbilden, da bin ich ein paar Minuten zu spät zum Unterricht gekommen. Der meinte dann, nur weil du irgendwie so ein verkommener Nachfahre von so einem größeren Mann bist, brauchst du jetzt nicht meinen, zu mir zum Unterricht zu spät zu kommen. Aber hast du denn auch Freunde, die, wo du jetzt sagen musst, die jetzt aus nicht zu privilegierten Familien kommen? Ich mag es nicht, wenn ich distanzieren muss zwischen Personen, vor allem nicht zwischen Freunden, die ich alle wahnsinnig gern habe und schätze. Freunde von mir, die so einen Namen haben, die sind genauso für mich wie die anderen. Bist du in so etwas wie einer Studentenverbindung? Nein, ganz entschieden war ich da immer dagegen. Gute Freundschaften habe ich, glaube ich, auch so gefunden, ohne da irgendwie mit einem Bändchen rumzulaufen und andere dann irgendwie blöd anzumachen, dass er nicht saufen kann. Vor allem mein Papi ist nicht gerade der größte Fan von Alkohol. Meine Mami, ja, die ist da ein bisschen liberaler, aber die haben beide gesagt, also Studentenverbindung wäre jetzt nicht so prickelnd, also müsste jetzt nicht unbedingt machen. Jetzt sind wir mitten in Gerzen am ehemaligen Schloss Gerzen. Gehört das alles eurer Familie? Es hat mal uns gehört, also das Schloss, das sich hier befindet, wurde zu einem Hotel. Seit wann wohnt eure Familie nicht mehr hier? Also wir sind aus dem Schloss Gerzen ausgezogen im Jahr 2009. Um uns auf Dauer einfach ein, sag ich mal, ein gutes Leben zu gewährleisten, hat sich das halt dann auf Dauer nicht mehr gerechnet. Dann haben wir halt gesagt, schweren Herzens, für mich damals tatsächlich sehr, also sehr schlimm, weil es war einfach nur mein Zuhause, ziehen wir da aus. Da war ich in der siebten Klasse und hab halt so ein bisschen geweint, meinte so, ja, ist schlimm für mich, dass ich jetzt aus meinem Zuhause ausziehen musste. Und da hatte ich einen Mathelehrer und er meinte, dass ich mich jetzt mal nicht so aufregen soll, weil manche in der Klasse, die sind froh, dass sie überhaupt aufs Gymnasium gehen dürfen und du weinst, weil du aus deinem Schloss ausgezogen bist. Wie viele Leute haben denn dann zu der Zeit damals drin gewohnt? Ich denke mal roundabout neun Leute. Es war natürlich auch meine Großmutter, die da drin gelebt hat und meine Tanten waren sehr oft da und dann natürlich meine Geschwister und meine Eltern. Dürfen wir ins Schloss rein? Nein, dürfen wir leider nicht, ist leider nicht möglich wegen Corona. Aber könntest du mir vielleicht von außen zeigen, wo so dein Zimmer war? Gerne, ja. Also ihr seht ja schon die großen Fenster, das war die Schlosskapelle. Also ihr hattet eine eigene Kapelle? Wir hatten eine eigene Kapelle, ja. Es war natürlich ein besonders familiärer Ort, weil man dann zusammen dort drin gebetet hat oder ich glaube, mein Papi hat sogar meine Mami in der Kapelle geheiratet. Stopp mal kurz, hier, ich, du erzählst das ja alles so locker, ja, da waren die Kapelle, das ist einfach ein Schloss, eine eigene Kapelle. Ich bin in einer Drei-Zimmer-Wohnung groß geworden, habe mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt. Ich weiß ganz genau, was das für ein Privileg ist oder Privileg war. Aber kannst du meine Reaktion verstehen? Ja, klar kann ich deine Reaktion verstehen. Und natürlich ist es was Besonderes. Also ich habe hier da oben im linken Fenster im zweiten Stock gewohnt, eigentlich zu dritt, aber meine Schwester hat dann irgendwann mal ihr eigenes Zimmer bekommen. Wenn ihr so ein Riesenschloss hattet, warum habt ihr euch dann ein Zimmer geteilt? So ein Haus hat ja unfassbar viele Heizungskosten und als kleines Kind freust du dich lieber, wenn dein Bruder noch neben dir schläft oder deine kleine Schwester. Wie sah dann euer Familienalltag hier auf diesem Anwesen eigentlich aus? Wie jeder andere auch. Also wir sind in die Schule gegangen, sind von der Schule gekommen, haben im Garten gespielt und abends haben wir halt hier vorm Haus gegessen. Mein Vater ist halt gerne auf die Jagd gegangen und da hat er mal ein paar Freunde eingeladen. Waren denn bei euch auch oftmals wichtige Leute zu Besuch? Bestimmt waren Freunde von meinen Eltern zu Besuch, da waren bestimmt auch Leute dabei, die Namen mit offensichtlichem historischem Bezug hatten, ja. Du sagst ja immer Namen mit historischem Bezug. Ja, aber es gibt ja auch keinen Adel mehr. Findest du den Begriff Adel auch einfach nicht so gut, wenn du den gar nicht verwendest? Ich finde den nicht nicht gut, sondern er ist einfach nicht mehr existent. Und damit ist es auch gut. Die Vorstellungen, die man von der Gesellschaft aufgedrückt bekommt, zum Beispiel auch vom Fernsehen in Märchen oder so, aber die vermitteln nun mal automatisch jedem kleinen Kind den Eindruck, dass ein Adliger reich ist, dass er im Schloss sitzt, dass er nur auf irgendwelche Prinzessinnen abfährt. Klar, ich habe mir, bevor ihr diesen Post vom Video gemacht habt, habe ich mir natürlich auch ein paar Kommentare durchgelesen. Aber da waren auch viele Fragen dabei, wo ich gemerkt habe, hier wird jetzt pauschalisiert, hier wird sehr oberflächlich, beziehungsweise hier wird in eine Schublade gesteckt. Und das finde ich dann schon überraschend, sogar ein bisschen verletzend, wenn davon ausgegangen wird, dass ich sofort ein reicher Schnösel bin. Hast du aufgrund deines Namens irgendwelche Verpflichtungen? Also ich versuche schon, vor allem später mal, der Gesellschaft weiterzuhelfen. Inwiefern, weiß ich noch nicht. Ich bin ein großer Naturfreund. Im Moment tue ich das als Jäger, indem ich meine Aufgaben mache, im Wald auch Bäume pflanze und so weiter. Das bin ich. Und dadurch, dass ich von klein auf mit meinem Papi immer in den Wald gefahren bin und mit meinem Bruder, verbinde ich damit natürlich extrem viele Emotionen. Und habt ihr, abgesehen vom Jagen, noch irgendwelche anderen Familientraditionen, die noch pflegt? Wir sind alle große Liebhaber von Musik, deswegen gehen wir auch ab und zu in Konzerte. Ja, in die Oper sind wir auch schon mal gegangen. Das klingt jetzt so altbacken, aber im Endeffekt ist es auch einfach nur Kultur. Okay, wir haben jetzt schon so viel übers Jagen gesprochen. Jetzt will ich es aber auch einmal selbst miterleben, weil ich noch nie auf einer Jagd war. Ja, gerne. Dann fahren wir doch raus ins Revier und ich zeig's dir mal, oder? Let's go. Also bis jetzt habe ich schon mal den Eindruck, dass Emanuel doch schon irgendwie ziemlich privilegiert aufgewachsen ist. Weil wenn man sich dieses Schloss hier einfach mal anschaut, das ist halt unfassbar riesig und alles andere als normal. Und mich würde jetzt auch interessieren, wie Emanuel zum Thema Geld steht und wie viel er mal erben wird und ob er überhaupt irgendwann mal was erben wird. Kriegst du gleich mal was Uriges, und zwar einen Jägermantel. Das nennt man gemeinten, hat einen witzigen Namen auch Kotze. Ich würde mich schon immer mal an Kotze eindecken. Das ist jetzt eine sogenannte Büchse und damit erlegst du in der Regel größeres Wild. Ich habe auch schon ein bisschen Respekt vor diesen Dingen. Genau, sollte man auch haben. Jetzt reden wir zwar noch laut, sollte man eigentlich nicht. Vor allem in so einem lauen Abend wie heute zieht das Wild relativ früh. Das heißt, wir werden jetzt leise gehen. Ja, wenn ich das alles hier sehe, das ist ja schon beeindruckend. Würdest du sagen, deine Familie ist reich? Nee. Ich finde das auch ein ganz furchtbares Wort. Wie ist denn dein generelles Verhältnis zu Geld? Kannst du gut mit umgehen? Ich will auf gar keinen Fall verschwenderisch mit dem Geld umgehen. Und im Mittelpunkt steht, sofern ich meine Familie haben werde, dass ich die gut ernähren kann. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal zu heiraten oder Kinder zu kriegen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sehe das Leben in der Hinsicht auch extrem banal. Das ist einfach unser Sinn. Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass manche Mädels nur an deinen Background interessiert waren? Nee, überhaupt nicht. Und wenn es so wäre, dann wäre es auf jeden Fall schon mal nicht der richtige Typ Frau für mich. Eigentlich ist schon klar, dass du oder eine von einer deiner Geschwister halt auch diesen Wald auch erben wird. Ja, also das bleibt in erster Linie ein Betriebsgeheimnis, zumal ich aber sagen muss, dass ich selber gar nicht weiß, wie das bei uns ablaufen wird. Und im Moment ist es mir auch ziemlich egal, weil ich jetzt erstmal selber was aus mir machen will und auf eigenen Füßen stehen will. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie heute noch was schießen? Kannst du auf jeden Fall nie planen. Das ist eine Sache, da kommt sehr viel auf Zufall, Glück und beim Pirschen vielleicht sogar auf Verstand und Geschick an. Was macht ihr denn mit dem Fleisch, wenn ihr Wild erlegt? Ich esse, wenn ich Fleisch esse, ich denke mal so zu 80 Prozent Wild. Ich nehme es danach aus. Oft zerwicke ich es auch selber. Manchmal bringe ich es zu einem befreundeten Metzger. Was ist Zerwirken? Zerwirken heißt, du zermetzgerst das Stück. Da hat man am Anfang natürlich eine Distanz davor, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Wir gehen jetzt auf den Hochsitz hoch und jetzt sollten wir eigentlich nur noch flüstern, weil das Wild sonst gar nicht mehr kommt. Das ist ein Reh, genau. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Schaut ruhig. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich mich entschauen soll. Ich glaube, dass es heute eher nichts wird. Das hat sich gerade angehört wie ein Hund. Ja, das ist tatsächlich das Bellen in der Jagdsprache, sagt man, Schrecken eines Stück Rehwild. Jetzt hat es sich geärgert und steht da im Busch in der Dickung unterwegs. Schon wieder? Genau, richtig. Ich kann es ja mal machen. Ist ein bisschen weird, aber ich versuch es. Es ist erst mal erschreckt und dann geht es wieder los. Du hörst dich aber auch an wie ein großes Reh. Da war es schon wieder. Du hörst dich, wie sich ein Reh anhört. Genau. Und ja, das ist unnormal schön hier. Vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast und uns so viel gezeigt hast. Ich habe eine Menge gelernt. Hat mich auch sehr gefreut. Ich muss sagen, dass ich mit ein paar Vorurteilen in diesen Dreh heute gegangen bin, die sich aber nicht bestätigt haben. Also natürlich hat Emanuel verdammt viele Privilegien genossen, aber er ist sich diesen Privilegien auch bewusst und er hat sie sich auch nicht ausgesucht. Am Ende muss ich sagen, Emanuel ist ein verdammt sympathischer Kerl. Er wirkt auf mich jetzt nicht irgendwie abgehoben. Und ich habe mich super mit ihm verstanden. Wie stellt ihr euch Ade in Deutschland vor? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr von Follow-me-Reports verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Zu einem echten Schloss gehören auch eine Menge Angestellte. Unser Gastreporter Simon Will hat herausgefunden, wie es ist, Butler zu werden. Dieses Video findet ihr hier oben. Und wenn ihr herausfinden möchtet, wie man in drei Jahren reich wird, dann schaut unbedingt bei dem Video von Reporter rein. Dieses Video findet ihr hier unten. Bis zum nächsten Mal.